Musik Moin, was geht ab, ihr Lübbelz? herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Batman Arkham City. Ja, ich glaube, wir bewegen uns so langsam auf das Ende des Spiels hinzu. Wir müssen uns jetzt um den Joker kümmern. Er hat ja in der letzten Folge am Ende groß angekündigt, er wäre ja jetzt wieder da. Darum müssen wir uns kümmern und natürlich im selben Atemzug holen wir uns auch hoffentlich dann auch das Heilmittel. Aber ich gehe mal jetzt stark davon aus. Ja, deswegen würde ich sagen, weiter geht's in das Stahlwerk hinein. Ich werde jetzt mal erklären, wie es aussieht. Der Joker gewinnt. Du und dein Boss, ihr verliert. Wir wollen natürlich, dass Joker auch weiterhin gewinnt. Also wirst du uns alles, was du weißt, über die Pläne von Two-Face erzählen. Darauf hast du vermutlich keine Lust, schon klar. Daher werden wir dich auch überzeugen müssen. Du kannst mich! Wir stecken ja noch richtig voller Leben. Ich sage nicht! Batman! Er ist hier! So. So, ist dann bis Hause. So, wow. ganz stark retten. Machen wir erstmal hier noch auf. LOL! Diese dumme Sau, Alter! Was für ein Pisser, Alter! Stell dir vor, du rettest ihm das Leben, Alter! Und er verkloppt dich dafür. Oder willst du mir noch. Du elendiger Pisser, ey. Na gut, da werden wir dann so schnell wahrscheinlich erstmal nix machen können. Und er ist Rob. Oh, dercessor. So, jetzt aber dul den fines. Und er ist recordej ondkont luôn. Und er ist ebenso sicher! Und er ist怎麼了 eine große Stelle. Ich habe mich ins Kamerasystem des Rats gehackt. Die Ratsmitglieder kommen zurück. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Sie sagen, Strange, dass Sie von ihm sehr enttäuscht sind und nie gedacht hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Aber Sie haben ihm die Erlaubnis dazu gegeben. Oder? Guten Abend. Protokoll 10 tritt in 30 Minuten in Kraft. Jeder hat für diesen Fall besondere Befehle erhalten. Sie sind zu befolgen. Brauchst du immer noch eine Antwort? Bruce, das gefällt mir nicht. Sei vorsichtig. Okay. So, wie schön ist er? Okay. So, wie schön sind wir? So, ich bin Moment. Das war's für heute. Aber wie soll ich da durchkommen? Ich kann einen ferngesteuerten Batarang benutzen, um Schalter außer Reichweite umzunehmen. Ja, aber soll ich den jetzt da durchwerfen von Brain, oder was? Gucken wir erst mal. Okay, da müssen wir gleich hin. Es war so close. Es war so close. Das war überhaupt nicht close. Ist gut jetzt. Ey, diese kackinvertierte Steuerung, ne? Ihr glaubt gar nicht, wie hässlich das ist, Alter. Hä? Ach, kann das sein, dass der Schalter nicht da ist, sondern dass es da unten ist? Da sehe ich aber keinen Schalter. Ey, Junge, jetzt hab ich den Kasten aber echt genau getroffen. Ein Batarang hält genug Spannung aus, um die Sicherungen zu überladen. Ich sag' White caricatures sieplayer. Ich sag' ich mal kurz�ken. Ich sag' ich mal kurz�ken. Genau. Ich sag' ich mal kurz�ken. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe RT gedrückt, Mann! Muss ich bestimmt so volles Punkt da reinfeuern, oder? Ich glaube das jetzt nicht. Hey! Okay. Nee, ich guck jetzt im Internet nach, Alter, warum das nicht funktioniert. Gut, Leute, kurzer Cut und dann bin ich sofort wieder da. So, Leute. Ich weiß. Es ist so blöd. Wir sagen einfach nichts dazu, okay? Einigen wir uns darauf, dass wir einfach nichts dazu sagen, wie dämlich das war. Finde ich nett von euch. So, dann machen wir hier mal auf. So, dann machen wir hier mal. Ich bist es, Alter. Ich habe mich versteckt und sie beobachtet. Wir haben im Nachbarraum irgendwelche Dinge auf dem Boden platziert. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Klingt, als würde Joker versuchen, mich mit Minen zu stoppen. Funktioniert das? Sehe ich besorgt aus? Besorgt? Nein. Krank? Sehr. Du siehst schrecklich aus. Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie zurück in Ihr Versteck. Ich kümmere mich um die Mieten. Ja, ja, warte mal. Was ist doch dieses Scheißding hier weggelegen können. Tut mir leid, du Clown. Ich kann leider nicht ans Telefon gehen. Dann muss ich machen, dass du irgendwas streng gehalten ist, wenn wir es nicht fehlen. Da hinten ist der... Also habe ich es gemacht. Hätte es sein Gesicht sehen sollen. Echt lustig, Mann. Und was dann? Hat sie es getan? Natürlich. Ich meine, sieh mich doch an. Ich bin heiß. Was ist mit Jake? Er sieht besser aus, oder? Ist ein verdammtes Wunder. Gestern sah er noch beschissen aus und heute? Der echte Joker ist zurück. Gott sei Dank, Mann. Ich meine, wer bitte schön will Harry als Boss? Jetzt mal unter uns. Dieser Kerl trägt eine Miene mit Annäherungszünder. Oh, Mr. Jay, bitte zu mir noch. Oh, ein Mann weniger. Sah aus wie eine Zeitrufe von dem Kerl davor. Tot, was der Joker sagt. Hier drüben, schnell! Hier ist jemand! Hm. Das ist doch gleich. Oh Gott! Leute, bewegt eure Ärze her! So farbt! Acht! Auf, wach, du hörst du mich! Wach auf! Er ist da, da! Er ist weg! Ich hab ihn verloren! Wir müssen ihn finden! Sofort! Was wirst du tun, wenn du dich nirgendwo verstecken kannst? Sprengnahrung platziert. Hier drüben alles scharf. Ihr werdet euch wie ein Welpe-Elf-Nixer fühlen. Kreist euch zusammen! Was ist los? Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Wenn das so weitergeht, geht mir morgens früh die Folterkriege aus! Was bist du? Eine Fledermaus. Weg von mir! Verschwinde! Ich merke es, wenn du mögst. Wehr dich nicht! Bitte! Tu mir nichts! Ich sag alles! Gute Nacht. Nun, das war eine schreckliche Enttäuschung, nicht wahr? Aber sehen wir's mal positiv. Mir geht es schon besser. Was ist mit euch? Könnt' besser sein. Ähm... Wir müssen nach rechts. Du Gold 10. Tritt in 20 Minuten in Kraft. Ja, halt doch mal die Schnauze jetzt. Das war eine Schnauze jetzt. Ich höre dich, Kunde. Für uns, Beto-Berriss. Ist alles okay? Bin in Position. Der Raum ist vermied und wenn ich Batman sehe... BOMM! Aufschubierst. Sieht aus, als würde Yoga sich auf einen Krieg vorbereiten. Wenn Batman tot ist, gewinnen sie ihn vielleicht sogar. Ich weiß nicht, wie wir Batman besiegen können. Er benutzt diese Wasserspeier richtig. Ich muss sie einfach nur kaputt machen. BOMM! Batman ist auch nicht hoch, sonst ich ja nie eine Kugel in den Schädel. Klasse. Sag zu Scheiß, wenn ihr so... Ich will auch da runterkommen und mich ein bisschen mit der Leiche anbesiehen. In die Reihe! Ich nehme die Maske. Du kannst haben, was übrig bleibt. Oh Gott! Ich gehe mal wieder zu Hause. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das war's für heute. Das riecht nach Falle. Was willst du, B-Man? Noch ein bisschen mit dem Finger in der Wunde bohren? Nur zu, mir egal. Ich werde dir gar nichts sagen. Ich sage dir nicht mal, dass Joker den ganzen Mist, den er Freeze abgenommen hat, im Kesselraum eingeschlossen hat. Was hast du? Das gefällt mir schon besser. Da muss ich noch was da hin. Das gefällt mir schon. Habt ihr diesem Protokoll 10 Mist gehört, von dem Strange ständig labert? Was hat der bloß für ein Problem? War er nicht sogar derjenige, von dem wir die Knarren haben? Ah, dachte er, der will, dass Joker gewinnt? Dachte ich auch. Aber wär das nicht irgendwie verrückt? Wer gibt Milliarden für ein Gefängnis aus, um dann überall da drin Knarren zu verteilen? Gute Einwand. Du warst nicht in der Anstalt, oder? Ich schon, Mann. Der alte Sharpie war auch cool. Genau wie Strange. Ja, ich hab gehört, dass ihm einige seiner Patienten krepierend sind. Hör nicht auf das, was alle erzählen. Nie im Leben ist Quincy irgendeine Art von Psycho-Rache-Engel. Hast du ihn gesehen? Sieht aus wie ein Idiot. Natürlich ist er Idiot. Aber er hat die ganze Stadt davon überzeugt, diesen Schuppen zu bauen. Und er hat Strange angeheuert, um uns mit Waffen vom Militär zu versorgen. Was willst du damit sagen? Dass ich Sharp und Strange nicht traue und mir das Ganze nicht gefällt. Nicht ein Stück. Wie soll ich die da oben ausschalten? Wie soll ich die da oben sehen? Ich glaube, ich schalte die beiden da oben aus. Was soll ich die da oben sehen? Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Gut, dass wir nur noch 5 Minuten haben. Ja, passt auf, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir exakt an der Stelle den Cut. Dann geht die Folge halt ein bisschen kürzer. Die anderen gingen ja länger. Und dann schauen wir uns Protokoll 10 in der nächsten Folge an. Bis dahin. Haut rein. Cheerio. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020